So, willkommen zu dieser Elbe-Morpartie. So, so jetzt. Da hat ein Gespräch und... Da hat er hier umschaut. Pflanzenröpfchen los. Oh, scheiße, das hat mich verdammt. Der wird richtig abkassieren, weil er aufschmerzt. Da geht's nur drei Sterne, das sind viel zu viel. Viel zu viel. Da kann man sehen, wie er abzieht. Und wenn man da kennenlernt würde, sieht es schon gut. Ich lese nicht hier. Du bist zerstört, wie du dich bist. Okay. Was? Ich bin los! 28 Oha Samsung 33 Das ist nicht gut Das ist nicht gut Halt Ey, dieser Schüterbeck Halt zu erzählen Nein Alle verheben Schade 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 Das sieht nicht wunderschön. Das sieht nicht wunderschön aus. Und eine Münze. Scheiße. So viel Schirrle. Das ist nicht gut. Das ist echt nicht toll. Das ist nicht gut. Und vor 17. Ach du Scheiße. Das ist nicht gut. 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 Ah da ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist gut. Das ist nicht gut. In der Hand kann es auch so sein. der weise weh da auf Ludo hier das meine ich mit Stück das Ding hier das meine ich mit Stück da die 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 Ja, unser nächster Stern. Müsst ihr das gewinnt? Tomtom geht immer. Tomtom ultimativer Sieg. Soll ich ihn nur absichtlich Tomtom nennen? Soll ich ihn nur absichtlich Tomtom nennen? Soll ich ihn nur absichtlich Tomtom. Soll ich ihn nur absichtlich. Ja, es ist wie... Gelb oder Rot oder was auch immer. Gehen zu den beiden. Hm. Ja. Es ist zu schade. Ja, wirklich zu schade, Tod. Oh Gott. Oh. Oh mein Gott. Ja. Oh, der war keiner von dem. Oh. Oh, der war keiner von dem. Denn der... Was ist die Bestrafung? Ja. Oh. Ja. Und koch so viel wie der wird. Spenge. Was sagt die Uhr? Erst 10 Minuten durch. Mal ein bisschen kackt machen. Was kommt? Bosa ist Knallern voll. Und da wird doch locker Wario. Also, das ist ein Spiel, als ich für erschafft. Natürlich rast. Er zeigt Wario Wind. Der Kohl sucht, wo ist er hin? Der Kohl. 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 Der Kohl.